Hallo meine Lieben und willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute geht es hier auf meinem Kanal schon wieder weiter mit True Crime und damit auch mit einem neuen Fall, den ich mir ausgesucht habe und über den ich euch gerne berichten möchte. Am 4. Februar 1997 ist unsere Welt zusammengebrochen. Denn jemand, dem wir vertraut haben, hat unser Kind verletzt. Es war für uns unvorstellbar. Wir konnten einfach nicht begreifen, was da passiert ist. Und trotzdem haben wir für ein Wunder gebetet. Doch die Ärzte sagten uns, dass das Gehirn unseres Kindes schweren Schaden genommen hat, dass es vollständig zerstört sei und dass es keine Hoffnung mehr gebe. Darum haben wir eine schmerzhafte Entscheidung getroffen. Wir haben unser Kind gehen lassen. Am 9. Februar 1997 stirbt der gerade einmal acht Monate alte Matthew Eepen, nachdem die Ärzte im Boston Children's Hospital fünf Tage lang verzweifelt versucht haben, sein Leben zu retten. Die Frage, woran Matthew gestorben ist und wer für seinen Tod verantwortlich war, führte zu einem der spektakulärsten Gerichtsprozesse in der Geschichte der Vereinigten Staaten und löste gleichzeitig in Großbritannien heftige Proteste aus. Was passierte am 4. Februar 1997 im Haus der Familie Eepen? Und wie kam es dazu, dass der kleine Matty so schwer verletzt wurde, dass er kurz darauf gestorben ist? Am 24. Mai 1996 kommt Matthew Eepen als zweites Kind seiner Eltern Deborah und Sunil Eepen in Boston, der Hauptstadt des US-Bundesstaates Massachusetts zur Welt. Matthew, der von allen nur liebevoll Matty genannt wird, wächst gemeinsam mit seinem zwei Jahre älteren Bruder Brandon in einem großen Haus in Suffolk County auf. Die Eepens sind ein wohlhabendes Ehepaar. Sunil arbeitet als Anästhesist im Boston Medical Center, Deborah ist Augenärztin mit eigener Praxis und die beiden, die sich Mitte der 80er während des Medizinstudiums in Chicago kennengelernt haben, sind jetzt im Jahr 1996 bereits sieben Jahre glücklich miteinander verheiratet. Nach Mattys Geburt dauert es nicht lange und die kleine Familie kehrt in ihren Alltag und in ihre Routine zurück. Wie auch schon nach der Geburt von Brandon fängt Deborah bald wieder an, drei Tage die Woche in ihrer Praxis zu arbeiten, während Sunil weiterhin Vollzeit im Krankenhaus beschäftigt ist. Wichtig zu wissen an dieser Stelle ist, dass die Eepens bereits in der Vergangenheit, nach der Geburt von Brandon zwei Jahre zuvor, immer wieder Au-pairs engagiert haben, die die Betreuung ihrer Kinder übernehmen sollten, wenn sie bei der Arbeit sind. Als Au-pair werden junge Menschen meist im Alter zwischen 18 und 25 Jahren bezeichnet, die für einen begrenzten Zeitraum bei einer Gastfamilie im Ausland leben. Das Au-pair-Mädchen oder der Au-pair-Junge unterstützt die jeweilige Familie bei der Kinderbetreuung und übernimmt hier und da auch andere Tätigkeiten wie Einkaufen oder leichtere Hausarbeiten. Im Gegenzug dazu bekommen die Au-pairs die Chance, Kultur und Sprache ihres Gastlands kennenzulernen, was gerade in den 90er- und Nullerjahren von vielen jungen Menschen genutzt wurde. Deborah Eepen begann einige Monate nach Brandons Geburt wieder drei Tage in der Woche in ihrer Praxis zu arbeiten und zu dieser Zeit hatte sie ein Au-pair, ein junges Mädchen aus Europa, die sich um Brandon kümmerte in den Stunden, in denen Deborah gearbeitet hat. Und als ihre Zeit um war, kam direkt ein neues Au-pair ins Haus der Eepens. Die Namen dieser beiden jungen Frauen wurden in der Öffentlichkeit nie bekannt gemacht, allerdings hat man sie später trotzdem nach ihren Erfahrungen im Haus der Familie Eepen gefragt, wie es ihnen in ihrer Zeit als Au-pairs dort ergangen ist. Und so wie ich das bei meiner Recherche verstanden habe, hatten sie nichts Negatives zu sagen, ganz im Gegenteil. Sie hatten wohl eine sehr angenehme Zeit im Haus von Deborah und Sunil und haben sich dort auch wohl und aufgehoben gefühlt. Da Deborah, genau wie zuvor bei Brandon, jetzt auch nach Matthews Geburt wieder drei Tage die Woche in ihrer Praxis arbeiten möchte, wendet sie sich wie schon zweimal in der Vergangenheit auch jetzt wieder erneut an die Vermittlungsagentur für Au-pairs in Boston. Und es dauert nicht lange, da wird ihr auch ein junges Mädchen für diesen Job vorgeschlagen. Die 18 Jahre alte Louise Woodward. Louise Woodward kommt im August 1978 in Großbritannien zur Welt und wächst gemeinsam mit ihrer zwei Jahre jüngeren Schwester in Elton, einem winzigen Dorf circa 13 Kilometer nördlich von Jester auf. Über ihre Kindheit ist nicht sehr viel bekannt, außer dass sie in einem stabilen Umfeld groß geworden ist, ein enges Verhältnis zu ihren Eltern hatte und gut in der Schule war. Louise ist Mitte der 90er ein ganz normaler Teenager mit den typischen Problemen, mit denen junge Menschen in diesem Alter oftmals zu kämpfen haben. Nachdem sie 1986 die Schule abgeschlossen hat, möchte Louise raus. Sie will sich ein Jahr freinehmen, bevor es zum Studieren an die Universität geht. Sie möchte etwas von der Welt sehen. Ganz besonders fasziniert ist sie von den USA. Und wenn man bedenkt, wo Louise herkommt, dann ist das auch nicht weiter verwunderlich. Das kleine verschlafene Dörfchen Elton, aus dem Louise stammt und aus dem sie auch nie groß herausgekommen ist, mag ja einen gewissen Charme haben. Jedoch hat es eben für eine 18-Jährige nicht viel zu bieten. Es dauert nicht lange. Nach ihrem Schulabschluss, da kommt Louise zum ersten Mal mit der Möglichkeit, als Au-pair im Ausland zu arbeiten in Kontakt, als sie die Anzeige einer Vermittlungsfirma in Boston genau dafür in die Finger bekommt. Das ist ihre Chance, sich ihren großen Traum zu erfüllen, in die USA zu kommen. Eine Großstadt wie Boston mit ihren vielen schicken Boutiquen, Theatern und Restaurants kennenzulernen. Louise ist völlig aus dem Häuschen. Sie leitet ihre Bewerbung weiter und wenige Wochen später bekommt sie auch schon eine Antwort. Sie wird ins Programm aufgenommen und im Sommer 1996 macht sie sich auf den Weg nach Boston und verlässt ihre Heimat Großbritannien. Als Louise jetzt im Juli 1996 in Boston ankommt, nimmt sie zunächst an einem dreitägigen Kurs für Au-pairs teil, der von der Vermittlungsagentur in Boston geleitet wird. Dort ist sie gemeinsam mit vielen anderen jungen Menschen und sie werden dort so ein wenig auf den Alltag in ihren Gastfamilien vorbereitet. Es wird besprochen, was von ihnen erwartet wird, wie sie ihre Arbeit am besten angehen können. Es werden Telefonnummern von der Vermittlungsagentur an die Au-pairs herausgegeben, die sie anrufen können, wenn sie irgendwelche Probleme oder Schwierigkeiten haben. Außerdem wird auch besprochen, was in einem Notfall zu tun ist. Zum Beispiel, wenn sie überfordert mit irgendetwas sind und die Eltern nicht zu Hause sind, dass sie dann eben in der Vermittlungsagentur immer einen Ansprechpartner haben. Nachdem die drei Tage beendet sind, kommt Louise Woodward dann, wie auch die anderen, in ihre erste Gastfamilie. Der Name dieser ersten Familie, zu der Louise Woodward jetzt als Au-pair kommt, ist in der Öffentlichkeit ebenfalls nie bekannt geworden. Was ich allerdings herausgefunden habe, ist, dass Familie X, wie ich sie ab jetzt nennen werde, in Manchester by the Sea gelebt hat. Und jetzt muss man wissen, dass der malerische Küstenort Manchester by the Sea nicht nur circa eine Stunde Fahrzeit von Boston entfernt war, sondern dass es dort außer jede Menge Strand, Fischerboote und dem kleinen Jachthafen nichts von alledem gab, was Louise erwartet und was sie sich auch erträumt hat. Und als sie in ihre Gastfamilie jetzt kam, ist ihr das wohl auch relativ schnell klar geworden, was nicht gerade für ausgelassene Stimmung gesorgt hat. Louise wollte feiern, Party, Kino, Diskotheken, Theater, Großstadtfeeling. Sie wollte Leute kennenlernen. Wenn sie es klein, gemütlich und beschaulich hätte haben wollen, dann hätte sie auch zu Hause bleiben können. Was dazu kommt, ist, dass sie keinen Führerschein hatte, was bedeutet, dass sie sich nicht eben mal ins Auto hat setzen und eine Stunde nach Boston fahren konnte und dann eben später wieder zurück nach Hause. Und so ist sie eben wieder in einer kleinen Stadt gelandet und es dauert nicht lange. Da kommt es auch schon zu Problemen zwischen ihr und ihrer Gastfamilie. Wobei Problemä in diesem Fall wohl nicht ganz richtig ist, denn eigentlich gab es nur ein Problem. Allerdings ein sehr großes, zumindest für Louise, was sie sehr gestört hat. Familie X hat nämlich die Regel aufgestellt, dass wenn Louise am nächsten Tag arbeiten sollte, sie um spätestens 23 Uhr zu Hause sein muss. Das wollte Louise so nicht akzeptieren. In Kombination jetzt mit der Tatsache, dass sie ohnehin in einer kleinen Stadt, in Manchester, bei der sie jetzt in eine Familie gebracht wurde, gab es immer wieder Auseinandersetzungen und Unstimmigkeiten mit Familie X, was dazu führte, dass Louise ganz bald schon Kontakt mit der Vermittlungsagentur in Boston aufnahm und darum bat, versetzt zu werden. Und ganz genau das passierte dann auch im November 1996, nur wenige Monate, nachdem Louise bei Familie X in Manchester bei der sie ihren Dienst angetreten hat. Ihr wird jetzt eine Stelle im Haushalt der Familie Eepin angeboten und Louise sagt sofort zu. Die Eepins wohnen schließlich direkt in Boston, genau dort, wo die 18-Jährige von Anfang an unbedingt hinwollte. Und so kommen wir jetzt zu dem Moment zurück, über den ich euch vorher schon berichtet hatte. Als Deborah Eepin jetzt im November 1996 zustimmt, Louise Woodward als neues Au-pair-Mädchen in ihrem Haus einzustellen. Und zunächst muss man sagen, dass es für Louise jetzt bei ihrer zweiten Gastfamilie, den Eepins, ganz hervorragend läuft. Endlich kann sie die Großstadt und alles, was diese zu bieten hat, genießen. Land und Leute kennenlernen und genau das macht sie auch. Louise bekommt 200 Dollar die Woche. Sie hat ihr eigenes Zimmer im großen Haus der Eepins, inklusive Verpflegung und genauso viel Freizeit, wie es auch mit der Agentur vereinbart wurde. Und diese nutzt sie auch aus, vor allen Dingen, um abends in die Stadt zu gehen. Und sie lernt auch einige Leute kennen und lebt sich gut bei Sunil und Deborah ein. Es ist nichts darüber bekannt, wie Louise mit den Kindern von Familie X zurechtkam. Jedoch hatte es den Anschein, dass sie jetzt bei den Eepins sowohl mit dem zwei Jahre alten Brandon und den im November 1996 sechs Monate alten Matthew keine großen Probleme hatte. Was ich persönlich doch bemerkenswert finde, wenn man bedenkt, dass Louise eigentlich gerade erst 18 Jahre alt war und direkt nach der Schule, ohne vorher irgendwo Erfahrungen sammeln zu können oder jemals gearbeitet zu haben, über mehrere Stunden täglich die Verantwortung für zwei Kleinkinder hatte. Und dazu in einem fremden Land, in einer fremden Umgebung, die für sie vollkommen neu war, mit fremden Menschen im Haus einer Familie, die sie überhaupt nicht kannte. Damit möchte ich auf gar keinen Fall sagen, dass ein junger Mensch eine derartige Verantwortung nicht tragen kann. Ganz im Gegenteil, ich selbst habe bereits mit 15 mein Taschengeld mit Babysitten aufgebessert, aber ich glaube trotzdem, dass es doch am Ende einen Unterschied macht, ob ich jetzt zwei bis drei Stunden an einem Samstagabend auf die Kinder meiner Nachbarn aufpasse, dass die beiden mal wieder bohlen gehen können oder ob ich wirklich viele Stunden über mehrere Tage hinweg für zwei Kleinkinder verantwortlich bin, von denen eines, ja wie gesagt, erst sechs Monate alt ist. Also ich glaube, dass da doch ein Unterschied besteht. Und dass das für Louise auch nicht ganz so einfach war, wie es zunächst den Anschein hatte, zeigt sich ganz bald, denn auch in ihrer neuen Gastfamilie bekommt sie Schwierigkeiten. Dabei muss man jetzt Folgendes wissen. Im Haus von Deborah und Sonil Eepen gab es für Louise keine großen Regeln, an die sie sich jetzt hätte halten müssen, außer natürlich, dass sie ihre Arbeit verantwortungsvoll ausübt. Deborah hat später gesagt, dass sie von Anfang an versucht hat, Louise mit in die Familie zu integrieren. Das ist ja auch ein Teil dieses ganzen Au-pair-Programms, dass sich die jungen Menschen in ihrer Gastfamilie als ein Teil davon sehen. Und Deborah war das besonders wichtig. Genauso hatte sie es eben auch in der Vergangenheit mit den anderen beiden Mädchen getan, die für sie gearbeitet haben. Sie hat Louise von Anfang an angeboten, an Ausflügen, die sie gemeinsam mit den Kindern an den Wochenenden machen, teilzunehmen. Nicht etwa, dass Louise dort dann die Kinder betreut. Das hat Deborah selbst gemacht an den Tagen, an denen sie nicht arbeitete und natürlich auch am Wochenende. Nein, sie wollte Louise integrieren und sie wollte ihr eben auch die Möglichkeit geben, noch ein wenig mehr zu sehen und einfach Erinnerungen zu behalten an diese Zeit. Außerdem hat Debbie und auch Sunil Louise angeboten, mehrmals die Woche mit ihrer Familie mit dem Festnetztelefon zu telefonieren. Das Einzige, worum Deborah gebeten hat, war, dass die Telefonate eben nicht zu lange gehen. Sie sollte sich so auf 10 bis 15 Minuten beschränken. Doch Louise nutzt diese Regelfreiheit im Hause Ipen schon ganz bald aus, wie die erste Telefonrechnung zeigt, die wenige Wochen, nachdem sie dort angefangen hat, ins Haus flattert. Entgegen der Bitte von Deborah, dass sie sich doch auf 10 bis 15 Minuten in ihren Telefonaten beschränken soll, hat Louise in der Zeit, in der Debbie und Sunil nicht zu Hause war, mehrfach über eine Stunde mit ehemaligen Schulfreundinnen zu Hause in England telefoniert. Und das eben oftmals auch mehrmals täglich. Da kann man sich vorstellen, dass das natürlich wahnsinnig viel Geld kostet. Wie gesagt, wir sind im Jahr 1996 kein WhatsApp, keine Smartphones, wo man mal eben kurz Fotos und so weiter hin und her schicken kann. Louise war, wenn sie mit ihren Eltern oder Freunden zu Hause telefonieren wollte, auf das Festnetz angewiesen. Und wie gesagt, Deborah hat ihr ja die Möglichkeit gegeben, nur Louise hat das doch sehr ausgereizt. Außerdem fängt sie auch schon bald damit an, unter der Woche, wenn sie am nächsten Tag die Kinder versorgen soll, teilweise bis in die frühen Morgenstunden in Boston feiern zu gehen. Was natürlich zur Folge hatte, dass sie morgens nicht aus dem Bett kam. Dazu kommt, dass sie dabei auch immer wieder gerne etwas zu viel Alkohol trank und dann musste sie von Sunil praktisch morgens aus dem Bett gezogen werden, bevor er und seine Frau sich auf den Weg zur Arbeit machen konnten. Und so geht es freilich nicht. Zu Louise Aufgaben gehörte es selbstverständlich, pünktlich ihre Arbeit anzutreten und diese auch verantwortungsvoll auszuführen. Doch nicht nur kommt sie morgens immer schlechter aus dem Bett wegen der Feierei am Vortag. Ende Januar 1997, also nur wenige Tage, bevor sich die Katastrophe im Haus der Eepens ereignen wird, fährt Sunil Eepen mittags vom Krankenhaus zurück nach Hause, weil er am Morgen Unterlagen, die er gebraucht hat für eine Sitzung, dort hat liegen lassen. Als er sein Haus betritt, findet er seinen zweijährigen Sohn Brandon im Wohnzimmer auf dem Boden vor dem Fernseher. Und der kleine Matthew ist in seinem Zimmer und schläft in seinem Kinderbett. Von Louise ist weit und breit nichts zu sehen. Kurze Zeit später findet Sunil dann Louise unten im Keller. Dort, so hat sie später gesagt, hat sie Wäsche gewaschen und dann unten im Keller gleich aufgehängt. Aber man muss sagen, selbst wenn das stimmt, dann hätte sie zumindest Brandon mit nach unten nehmen müssen, anstatt ihn, wer weiß wie lange, dort alleine im Wohnzimmer zu lassen. Brandon ist erst zwei Jahre alt. Wenn Matthew in seinem Bett liegt und schläft, Mittagsschlaf macht, natürlich kann sie ihn dann in seinem Zimmer lassen. Also man muss ja nicht, wenn ein Kind Mittagsschlaf macht, die ganze Zeit vor seinem Bettchen sitzen. Aber wenn sie unten im Keller eine ganze Zeit lang mit etwas beschäftigt ist, 20 Minuten, eine halbe Stunde oder länger, dann muss sie natürlich den zweijährigen Brandon mitnehmen. Das hat Sunil wirklich schockiert und er hat das dann natürlich auch Deborah erzählt, als diese von der Arbeit nach Hause kamen und es kommt zu einem Gespräch zwischen den Ipens und Luis. Es ist klar, dass es so nicht weitergehen kann. Weswegen Debbie und Sunil am 30. Januar 1997, also knapp drei Monate, nachdem Luis ihren Dienst angetreten hat, ein Machtwort sprechen. Sie sagen ihr, dass sie ab sofort um eine bestimmte Uhrzeit zu Hause sein muss, wenn sie am nächsten Tag aufstehen und arbeiten soll. Es könne nicht sein, dass sie vollkommen unausgeschlafen und unkonzentriert vom Feiern und vom Trinken in der vergangenen Nacht mit nur wenigen Stunden Schlaf die Verantwortung für Matthew und Brandon übernimmt. Und die Ipens sagen ja auch ganz klar, dass falls sie sich nicht an diese Regel hält, sie nicht länger bei ihnen bleiben kann, da sie sich einfach auf sie verlassen müssen. Doch auch wenn Luis sich bereit erklärt, sich ab sofort an diese Regeln zu halten, sie war eindeutig nicht glücklich über diese Ansage von Deborah und Sunil, die sie ihr am 30. Januar 1997 gemacht haben. Fünf Tage vergehen jetzt. Es ist Dienstag, der 4. Februar 1997, als um 15.45 Uhr bei der Notrufzentrale in Boston ein Anruf eingeht. Am Telefon ist die 18 Jahre alte Louise Woodward. 9-1-1 Was ist Ihr Notfall? Hilfe, das Baby! Er atmet kaum. Ich glaube, er erstickt. Ich glaube, er erstickt an seinem Erbrochenen. Okay, können Sie ihn auf die Seite drehen. Drehen Sie ihn bitte auf die Seite. Hilfe, er atmet nicht. Er atmet kaum noch. Er fokussiert nicht mehr mit seinen Augen. Okay, wir sind auf dem Weg, Miss. Versuchen Sie ruhig zu bleiben. Wir sind auf dem Weg. Bitte schauen Sie noch einmal, ob er noch atmet. Nein, er atmet kaum noch. Oh nein, er hat wieder ganz aufgehört zu atmen. Hilfe! Hilfe ist unterwegs, Miss. Sie müsste jeden Moment da sein. Bitte bewahren Sie die Ruhe. Louise spricht in diesem kurzen Telefonat mit der 9-1-1 zwar sehr hektisch, allerdings ist sie im Großen und Ganzen doch ruhig und aufgeräumt. Als der Notarzt zwei Minuten später am Haus der Familie Ipen ankommt, wird er von Louise durch die Terrassentür ins Haus hineingelassen. Kommen Sie schnell hier entlang. Ich glaube, das Baby ist an seinem Erbrochenen erstickt. Er atmet kaum noch. Der Notarzt findet den acht Monate alten Matthew Ipen im Esszimmer auf dem Boden vor und versucht natürlich sofort, das Kind zu stabilisieren. In Windeseile wird Matthew, der immer wieder aufhört zu atmen und das Bewusstsein verliert, jetzt vom Notarzt ins nahegelegene Boston Children's Hospital gebracht und dort sofort auf die Intensivstation verlegt. Kurz darauf wählt Louise die Nummer der Arztpraxis von Deborah und teilt ihr mit, was passiert ist, woraufhin Deborah natürlich sofort alles stehen und liegen lässt, ihren Mann Sonil anruft und beide zu ihrem kleinen Sohn ins Krankenhaus fahren. In den kommenden Stunden versuchen die Ärzte im Krankenhaus jetzt herauszufinden, was Matthew eigentlich fehlt und was für seinen sich immer weiter dramatisch verschlechternden Zustand eigentlich verantwortlich ist. Bei einer genaueren Begutachtung seiner Augen stellen sie eine bilaterale Netzhautblutung fest, also eine Blutung an der Rückseite der Augeninnenfläche des acht Monate alten Kindes. Außerdem ist Matthews Schädel am Hinterkopf gebrochen. Der Bruch an sich misst fünf Zentimeter. Bei einer kurz danach durchgeführten Computertomographie lässt sich dann auch klar ein subdurales Hämatom erkennen, also eine Blutung in Matthews Gehirn, hervorgerufen aller Wahrscheinlichkeit nach durch den Schädelbruch und darüber hinaus auch kleinere Einblutungen im Rückenmark. Weitere Röntgenaufnahmen zeigen auch, dass Matthews linkes Handgelenk gebrochen ist. Was um alles in der Welt ist passiert, bevor Matthew vom Notarzt ins Krankenhaus gebracht wurde? Wie konnte er so schwer verletzt werden? Genau das versucht jetzt inzwischen auch die Polizei herauszufinden. Sie wird dazu gerufen und Louise wird noch am selben Abend befragt. Sie soll genau erzählen, was sich in den Stunden ereignet hat, bevor sie den Notruf gewählt hat. Wichtig zu wissen an dieser Stelle ist, dass das Gespräch zwischen Louise und der Polizei im Haus der Ipens stattgefunden hat. Also sie wurde nicht auf die Polizeistation gebracht oder ähnliches. Die Polizisten kamen zum Haus von Deborah und Sunil und haben dort dann alleine mit Louise gesprochen. Abgesehen von ihr waren bei dem Gespräch vier Polizeibeamte anwesend und Sergeant Bill Byrne, der die Ermittlungen geleitet hat und der jetzt eben Louise befragt. Dieses Gespräch wurde nicht aufgezeichnet und es gab auch kein Protokoll davon. Das heißt, alles, was sowohl Louise als auch die Polizisten, vor allen Dingen Sergeant Bill Byrne, später erzählt hat, hat er aus seinem Gedächtnis heraus erzählt. Sergeant Bill Byrne hat später berichtet, dass Louise am Anfang in ihrem Gespräch erst einmal angefangen hat, über den Morgen dieses 4. Februars zu berichten und sie hat diesen Dienstag als einen ganz normalen Dienstag Morgen im Haus der Ipens beschrieben. Nachdem Deborah und Sunil sich auf den Weg zur Arbeit gemacht haben, hätte sie ein wenig Haushalt gemacht und sich um die beiden Kinder gekümmert. Doch sehr schnell sei ihr aufgefallen, dass Matthew sehr weinerlich und quengelig gewesen ist, was so gar nicht zu ihm gepasst hat, denn normalerweise war er morgens immer richtig gut gelaunt und hat gelacht und gestrahlt. Er war immer nur weinerlich und quengelig, wenn er müde war. Doch Matthew hatte ja die ganze Nacht geschlafen, weswegen sich Louise sein Verhalten nicht wirklich erklären konnte. Sie hat dann auch zu Bill Burns gesagt, dass sie sich nicht große Gedanken jetzt weiter gemacht hat, sondern mit ihrer Arbeit fortfuhr. Doch als Matthew auch am frühen Nachmittag immer noch sehr viel weint und quengelt, beschließt sie ihn zu baden. Das hatte dem Kleinen in der Vergangenheit immer viel Spaß gemacht und das hat sie auch schon öfter gemacht, dass sie ihn gebadet hat. Also bereitet sie im Badezimmer alles vor, während sie Matthew in sein Kinderzimmer ins Bett legt. Anschließend holt sie ihn dann aus seinem Bett, bringt ihn ins Badezimmer, badet ihn und legt ihn im Anschluss danach wieder zurück in sein Bett in der Hoffnung, dass er einschläft und ein kleines Nachmittagsschläfchen macht. Um 15 Uhr 30 schaut sie dann wieder nach ihm und als sie jetzt in sein Kinderzimmer hineingeht, bemerkt sie sofort, Zitat, dass er Schwierigkeiten hatte zu atmen und blau angelaufen war. Sie hebt ihn daraufhin aus seinem Bettchen, läuft hinunter ins Esszimmer und versucht ihm, so sagte sie, beim Atmen zu helfen. Als sie merkt, dass das nicht funktioniert, ruft sie zuerst Senil, Matthews Vater, bei der Arbeit an, doch sie kann ihn nicht erreichen. Erst im Anschluss daran wählt sie dann die Nummer des Notrufs, wo ihr Anruf eben dann auch um 15 Uhr 45 eingeht. Soweit also die erste Aussage von Louise. Doch das kann nicht alles gewesen sein. Matthews Verletzungen, seine Sergeant Burns fragt Louise jetzt auch ganz klar, ob Matthew an diesem Tag gestürzt ist, ob er irgendwo heruntergefallen sei oder auch, ob sie ihn vielleicht hat fallen lassen. Louise gibt daraufhin gegenüber Sergeant Burns zu, dass sie sehr gestresst und frustriert war, weil Matthew einfach über Stunden hinweg gequengelt, geweint und auch immer wieder geschrien hat. Und dass sie, als Badezimmer brachte, um ihn zu baden, genervt und auch wütend gewesen ist. Was jetzt als nächstes kommt, ist vielleicht etwas verwirrend, allerdings äußerst wichtig für diesen Fall, weswegen ich es jetzt auch genauer ausführen muss. Sergeant Bill Burns möchte ganz genau wissen, was Louise mit Matthew gemacht hat, bevor sie ihn gebadet hat und während sie ihn gebadet hat und auch danach. Wie sie mit ihm umging, wie sie ihn angefasst hat. Er fragt sie also, was sie getan hat vor dem Bad und Louise sagt I tossed him onto his bed, was so viel heißt wie ich habe ihn auf sein Bett geworfen. Im Anschluss daran sei sie ins Badezimmer gegangen und habe ein Handtuch auf dem Fliesenboden ausgebreitet, mit dem sie Matthew nach dem Bad abtrocknen wollte. Dann hat sie ihn wieder aus seinem Zimmer geholt, ins Bad gebracht, ihn gebadet und anschließend dann auf den Boden gelegt, um ihn abzutrocknen. Doch Sergeant Burns möchte genau wissen, was sie getan hat. Und Louise sagt I dropped him on the towel, maybe I was a little rough with him. Das Wort dropped heißt übersetzt fallen lassen. Das heißt, wenn sie sagt I dropped him on the towel, sagt sie, sie hat ihn auf das Handtuch fallen lassen. And maybe I was a little rough with him heißt in der Übersetzung so viel wie vielleicht war ich ein wenig grob zu ihm. Sergeant Burns sagte später im Zeugenstand unter Eid aus, dass Louise genau diese Worte benutzt hat, um zu beschreiben, wie sie mit Matthew umgegangen ist. Ihre Verteidigung jedoch wird später behaupten, dass Louise gegenüber Sergeant Byrne nicht das Wort dropped, also fallen lassen benutzt hat, sondern das Wort propped. I propped him on the towel. Während jetzt in den USA das Wort propped für schlagen oder eher für knallen steht, steht es in Louise Heimat England für platzieren oder hinlegen. Das heißt, wenn sie, wie von ihr selbst und dann später auch vor Gericht von ihrer Verteidigung gesagt hat, I propped him on the towel, dann heißt das, ich habe ihn aufs Handtuch gelegt. Wie gesagt, Sergeant Burns hat ohnehin nicht gehört, dass sie propped gesagt hat, sondern dropped fallen lassen. Das heißt, wir haben hier also das Problem, dass dieses Gespräch nicht aufgezeichnet wurde, deswegen man nicht weiß, ob sie dropped oder propped gesagt hat. Und selbst wenn sie propped gesagt haben sollte, dann bedeutet dieses Wort in den USA etwas anderes als in England. Deswegen ist das Ganze ohnehin problematisch. Ich weiß, dass das ein wenig verwirrend ist, aber es ist, wie gesagt, sehr wichtig, vor allen Dingen, weil die Polizei allen voran Sergeant Burns später Stein und Bein schwören wird, dass Louise gesagt hat I dropped him on the towel. Ich habe ihn auf das Handtuch fallen lassen. Aber wie auch immer, nach dem Bad hat sie ihn dann zurück in sein Zimmer gebracht und um 15 Uhr 30 hat sie nach ihm gesehen, da war er blau angelaufen und hatte Probleme überhaupt noch richtig Luft zu bekommen und daraufhin hat sie die 911 angerufen und den Rest kennt ihr. Aber wie auch immer, dieses erste Gespräch zwischen den Polizisten Sergeant Burns und Louise ist damit jetzt auch erst einmal beendet. Doch nicht für lange. Denn bereits am nächsten Morgen kommen die Polizisten wieder zum Haus der Epenz. Diesmal um Louise zu verhaften. Matthews Zustand hatte sich im Laufe der Nacht dramatisch verschlechtert und die Ärzte die ihn dort behandelt haben sind sich sicher dass er misshandelt worden sein muss und dass sein Schädelbruch und damit auch die Blutung in seinem Kopf entstanden ist in den Stunden bevor er ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Louise hat laut Sergeant Burns gegenüber ihm zugegeben dass sie das Kind auf das Handtuch hat fallen lassen und sie hat auch gesagt dass sie frustriert und wütend gewesen ist darüber dass er die ganze Zeit so quengelig war und geschrien hat und sie hat ebenfalls gesagt dass sie ein wenig grob zu ihm war was dazu kommt ist dass die Ärzte inzwischen auch die sogenannte Triade bei Matthew Eepen festgestellt haben das heißt drei Symptome die zusammenkommen und auf eine Diagnose hindeuten in diesem Fall auf das sogenannte SBS also das schwach und kann das Gewicht des Kopfes nicht tragen wird das Baby also kräftig geschüttelt bewegt sich das Gehirn heftig hin und her was zum Anschwellen des Gehirns und zu Blutungen führen kann das Shaken Baby Syndrome das war der Stand 1997 zeichnet sich vor allem durch die Kombination aus einem subduralen Hämatom also einer Hirnblutung Blutungen an den Netzhäuten und einer hypoxämischen Enzephalopathie also einer Schädigung des Gehirns aufgrund von Durchblutungsstörungen aus alle drei Symptome stellten die Ärzte im Krankenhaus bei Matthew Eepen fest was bedeutet so zumindest die Vermutung dass Louise ihn heftig geschüttelt haben muss nimmt man jetzt ihre Aussorge dazu dass sie gestresst und genervt war weil er geweint und geschrien hat kann man durchaus nachvollziehen warum die Polizei davon ausgeht dass sie die Verletzungen bei Matthew verursacht und somit auch für seinen Zustand verantwortlich ist fünf Tage nach Louise Woodwards Verhaftung wegen Körperverletzung stirbt Matthew Eepen im Krankenhaus in den Armen seines Vaters Sunil nachdem die Ärzte ihm und Deborah die schreckliche Nachricht überbracht haben dass sie nichts mehr für ihren gerade einmal acht Monate alten Sohn tun können am 9. Februar 1997 werden alle lebenserhaltenden Maßnahmen abgeschalten die Ärzte sagten uns dass das Gehirn unseres Kindes schweren Schaden genommen hat dass es vollkommen zerstört sei und dass es keine Hoffnung mehr gebe also trafen wir die schmerzhafte Entscheidung wir ließen unseren Sohn gehen Louise Anklage lautet also jetzt nicht mehr Körperverletzung sondern Mord es wird eine Kaution in Höhe von 100.000 Dollar festgesetzt und bis zu ihrem Prozess Beginn bleibt sie in Untersuchungshaft Als Louise Eltern Gary und Susan Woodward zu Hause in England live im Fernsehen sehen wie ihre Tochter in Handschellen abgeführt wird können sie es nicht fassen Louise könnte niemals einem Kind etwas antun sie hat sich immer um ihre kleine Schwester und auch um ihre Cousins und Cousinen gekümmert sie wäre niemals fähig dazu gewesen Matthew wehzutun sofort packen Gary und Susan ihre Koffer und fliegen nach Boston um ihrer Tochter zur Seite zu stehen nach Louise Verhaftung und Matthews Tod bekommt dieser Fall unheimlich schnell national in den USA aber auch international vor allen Dingen in Großbritannien wahnsinnige Aufmerksamkeit aber gerade in den USA überschlagen sich die Medien geradezu und man versucht sich mit reißerischen Schlagzeilen zu überbieten dabei hat sich der Ausdruck Killer Nanny als obwohl der Prozess noch nicht einmal angefangen hat in aller erster Linie aber wird jetzt Deborah Eppen angegriffen hätte sie sich selbst um ihr Kind gekümmert dann wäre das alles nicht passiert und er wäre noch am Leben was muss die auch arbeiten gehen soll zu Hause bleiben und sich um ihr Kind sorgen selbst schuld wenn man einem Teenager die Verantwortung für ein acht Monate altes Baby überlässt das ist eben das Problem wenn man alles haben will oder nicht Kind und Karriere selber schuld sie sollte vor Gericht sitzen ich könnte jetzt ewig so weitermachen mit dem was ich bei meiner Recherche gelesen habe was da über Deborah Eppen nach dem Tod ihres Kindes und der Verhaftung von Louise gesagt und auch geschrieben wurde ich habe mich aber ganz bewusst dazu entschieden diesen teilweise wirklich geistigen Dünnschiss hier nicht in meinem Video zu wiederholen Denn wie wir wissen können es Frauen ohnehin niemals richtig machen und wenn man sich anzieht wer an vorderster Front wenn es darum ging Deborah Eppen in den Boden zu stampfen dabei gewesen ist dann sind das leider wenig überraschend andere Frauen gewesen Bekommt man ein Kind heißt es direkt wo bleibt das zweite Bekommt man das zweite heißt es direkt wo bleibt das dritte Bekommt man dann das dritte heißt es drei Kinder in der heutigen Zeit bekommt man keine Kinder so wie ich zum Beispiel ist man egoistisch und geldgeil und das ist ehrlich gesagt noch harmlos ihr würdet es mir nicht glauben was ich mir teilweise anhören oder auch lesen muss geht man nach der Geburt eines Kindes wieder zur Arbeit bringt es in die Kindertagesstätte organisiert sich eine Hilfskraft eine Nanny oder wie in diesem Fall auch ein Au-Pair mit dem die E-Pins eben in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht haben dann ist man eine Rabenmutter und selbst schuld wenn dem eigenen Kind so etwas passiert bleibt man zu Hause um sich selbst um sein Kind zu kümmern ist man stinkfaul was ich einfach nur damit sagen möchte ist dass ich mir manchmal wünschen würde die Menschen würden einfach ihren Rand halten und vor ihrer eigenen Tür erst einmal kehren bevor sie heutzutage am liebsten auch noch vorzugsweise anonym im Internet andere auf diese Art und Weise verurteilen und versteht mich nicht falsch selbstverständlich kann und soll man auch kritisieren doch ich finde man sollte darüber nachdenken ob wann und vor allen Dingen mit welchen Argumenten man das tut doch das war in den 90ern offensichtlich Frage umguckt muss man leider sagen es hat sich nicht allzu viel geändert im Gegenteil am 7. Oktober 1997 beginnt der Prozess gegen die inzwischen 19 Jahre alte Louise Woodward im Gerichtsgebäude von Cambridge unter dem Vorsitz von Richter Hiller Zobel bevor wir in diesen wirklich spektakulären Gerichtsprozess einsteigen hier noch einige wichtige Informationen vorneweg da der Fall in den zurückliegenden acht Monaten seit Matthew Eapens Tod vor allen Dingen in den USA und in Großbritannien aber auch weltweit Schlagzeilen gemacht und viel Aufmerksamkeit bekommen hat ist es nicht weiter verwunderlich dass sich direkt ein Team von Spitzenanwälten dazu bereit erklärt hat Louise vor Gericht zu vertreten denn viel Aufmerksamkeit bedeutet für einen Strafverteidiger natürlich auch sich eventuell einen Namen machen zu können Louise Hauptverteidiger ist ein Mann namens Barry Sheck der sich allerdings seinen Namen bereits zwei Jahre zuvor gemacht hat als er mit anderen Strafverteidigern zusammen 1995 O.J. Simpson verteidigt hat Barry Sheck gilt als harter Hund und er ist so von der Unschuld von Louise überzeugt dass er vor Prozess Beginn bei Gericht einen Antrag eingereicht hat der dann anschließend auch vom Gericht so angenommen und genehmigt wurde trotzdem dass die Staatsanwaltschaft massiv protestiert hat dass es in diesem Gerichtsverfahren nur die Anklage Mord ersten oder zweiten Grades geben darf oder aber die Jury müsse Louise freisprechen das heißt dass der Anklagepunkt des Totschlags den die Staatsanwaltschaft eigentlich auch mit einbringen wollte gar nicht erst zur Debatte steht die Jury muss am Ende dieses Prozesses entweder Louise freisprechen oder sie wegen Mordes verurteilen es gibt keine andere Möglichkeit auf der einen Seite ist es natürlich für eine Verteidigung in so einem Gerichtsverfahren hochriskant so eine Taktik zu fahren auf der anderen Seite muss man sagen wenn es Barry Scheck gelingen sollte bei der Jury genug berechtigte Zweifel an der Schuld von Louise hervorzurufen dann ist die Wahrscheinlichkeit dass sie freigesprochen wird viel höher als würde der Anklagepunkt Totschlag überhaupt noch für die Jury als Auswahlmöglichkeit zur Verfügung stehen das heißt es geht um alles oder nichts als der Prozess am 7. Oktober 1997 mit dem Eröffnungsplädoyer der Staatsanwaltschaft beginnt die Staatsanwaltschaft unter der Leitung von Bezirksstaatsanwalt Gerald Leon führt in ihrem Eröffnungsplädoyer an dass sie davon überzeugt sind dass Louise Woodward Matthew Eppen umgebracht hat indem sie ihm den Schädelbruch zufügte und ihn im Anschluss daran so heftig schüttelte dass es zu den typischen Symptomen kam die man bei einem Shaken Baby Syndrom findet diese massiven Verletzungen in seinem Gehirn durch das Schütteln haben dann fünf Tage später zu seinem Tod geführt die Staatsanwaltschaft sagt sie könne zweifelsfrei beweisen dass die Verletzungen von Matthew Eppen am 4. Februar verursacht durch Louise Woodward entstanden sind und darum müsse die Jury sie auch wegen Mordes schuldig sprechen und um genau das jetzt zu beweisen sitzen in den kommenden Wochen nicht nur die Ärzte im Zeugenstand die Matti nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus behandelt haben sondern auch Neurochirurgen Radiologen Pathologen Augenärzte und ein Experte für Kindesmissbrauch mit speziellen Kenntnissen was das Shaken Baby Syndrom angeht Dr. Gerald Feegan der Gerichtsmediziner der die Autopsie an Matthew nach seinem Tod durchgeführt hat ist einer der wichtigsten Zeugen der Staatsanwaltschaft und auch einer der ersten der im Zeugenstand seine Aussage macht Dr. Feegan sagt dass er sich sicher ist dass die Verletzungen an Matthews schädelt durch einen Schlag mit einem schweren Objekt oder aber durch das fallen lassen auf den Boden entstanden sind dass dadurch die Blutungen im Gehirn entstanden und durch das anschließende Schütteln des Kindes das Gehirn zusätzlich angeschwollen ist was dann auch dazu führte dass Matthew nicht mehr richtig atmen konnte Dr. Feegan sagt ebenfalls aus dass es keinerlei Zweifel daran gebe dass der Schädelbruch Zitat frisch war und Matthew in den Stunden vor seiner Einlieferung ins Krankenhaus zugefügt worden sein auch andere Experten die für die Staatsanwaltschaft im Zeugenstand sitzen schließen sich dieser Einschätzung von Dr. Feegan an darunter auch Dr. Joseph Metzen ein angesehener Neurologe am Boston Children Hospital zu den Aussagen der Mediziner kommen jetzt die Aussagen des leitenden Ermittlers Sergeant Byrne der noch einmal berichtet was Louise in ihrer Aussage ihm gegenüber erzählt hat auch Deborah Epen wird von der Staatsanwaltschaft in den Zeugenstand gerufen sie berichtet über die Zeit in der Louise in ihrem Haus gewohnt hat darüber dass sie von Anfang an gut mit den Kindern umging und dass sie sich auch gut verstanden hätten dass aber nach und nach Probleme entstanden seien allen voran die Tatsache dass Louise immer so spät nach Hause kam dass sie am nächsten Tag teilweise nur schwer in der Lage war ihrer Arbeit nach zu gehen Deborah wird auch zu Matthew befragt seit seiner Geburt hatte er keinerlei gesundheitliche Probleme gehabt war nie in einem Krankenhaus oder hatte andere Verletzungen die einer Behandlung bedurft hätten das gleiche galt im Übrigen auch für Brandon also den älteren Sohn der Epen es gab keinerlei Anzeichen in der Familie Epen dass die Kinder vernachlässigt wurden oder die Eltern sich in diese Richtung sonst etwas haben zu Schulden kommen lassen doch wer jetzt denkt dass mit dem was wir bisher schon wissen und diesen Zeugen der vielen Experten für die Staatsanwaltschaft die Sache hier doch eigentlich ohnehin ganz klar ist der hat sich gewaltig getäuscht denn als nächstes ist jetzt die Verteidigung an der Reihe und ich hoffe meine Lieben ich habe noch eure Aufmerksamkeit denn jetzt wird sich der Wind in diesem Gerichtssaal aber ganz gewaltig drehen bei der Autopsie von Matthew Epen hat man ein gebrochenes Handgelenk festgestellt das hatte ich vorher im Video schon einmal erwähnt zweifelsfrei konnte bestätigt werden dass das Handgelenk von Matthew bereits zwei bis vier Wochen gebrochen war als er starb das heißt dass sein Handgelenk nicht an dem Tag gebrochen ist als Louise die 911 angerufen hat am 4. Februar sondern dass dieser Bruch schon zwei bis vier Wochen älter ist wie Matthew sich sein Handgelenk gebrochen hat bleibt unklar allerdings ist es die Ansicht der Verteidigung und ihrer Experten im Zeugen stand dass auch die Verletzung an Matthews Schädel die zum Schädelbruch führte an dem Tag entstand als er sich auch das Handgelenk gebrochen hat jetzt werden sich wahrscheinlich die einen oder anderen von euch fragen wie ein acht Monate altes Baby bricht sich sein Handgelenk und er leidet am selben Tag einen Schädelbruch und das fällt dann über zwei bis vier Wochen hinweg niemanden auf kann das überhaupt sein laut den Aussagen der Experten der Verteidigung vor Gericht sehr wohl es ist durchaus möglich dass Matthew durch einen Sturz oder auch durch etwas anderes hervorgerufen sich bereits Tage oder eben auch Wochen vor dem 4. Februar den Schädel gebrochen und so das Subtoral Hämatom also die Blutung in seinem Gehirn entstanden ist so etwas kann durchaus unbemerkt bleiben auch über längere Zeit und dass das genauso gewesen sein könnte kann die Verteidigung jetzt vor Gericht tatsächlich auch untermauern denn als Matthew im Krankenhaus ankam wurde zwar durch ein CT der Schädelbruch und die Blutung entdeckt allerdings gab es wohl weder eine Schwellung noch einen blauen Fleck oder ähnliches an der Hinterseite seines Kopfes wäre dieser Schädelbruch an dem Tag entstanden als Louise Matthew zu Hause gebadet hat oder mit ihm alleine war dann hätte man im Krankenhaus als man ihn dorthin brachte etwas davon an seinem Hinterkopf sehen müssen eine Schwellung eine Blutung eine Abschürfung irgendetwas in der Richtung im medizinischen Bericht des Krankenhauses der während des Aufenthaltes von Matthew erstellt wurde steht kein Wort davon dass man an der Hinterseite seines Schädels irgendeine äußerliche Verletzung gesehen hat diese so die Experten der Verteidigung müsste es aber geben hätte Louise ihn irgendwie geschlagen oder hätte ihn fallen lassen es spricht also laut der Verteidigung jetzt vor Gericht alles dafür dass der Schädelbruch von Matthew genau wie der Bruch seines Handgelenks schon zwei bis vier Wochen alt ist und dass man deswegen bei der Einlieferung ins Krankenhaus äußerlich davon nichts mehr gesehen hat laut den Experten der Staatsanwaltschaft hat Louise nachdem sie Matthew den Schädelbruch zugefügt hat und dadurch die Blutung in seinem Gehirn ausgelöst hat ihn zusätzlich noch mehrmals heftig geschüttelt alle Symptome die das Kind im Krankenhaus gezeigt hat sprachen laut den Experten der Staatsanwaltschaft genau dafür die Verteidigung führt jetzt allerdings an dass wenn das so gewesen wäre dass Louise ihn so geschüttelt hat dass diese Verletzungen entstanden sind man das hätte an Matthews Körper eindeutig sehen müssen wenn ein erwachsener Mensch ein acht Monate altes Kind packt und so massiv schüttelt dann müssten Abdrücke seiner Hände rote Stellen blaue Flecken oder Blutergüsse an Matthews Armen seinem Nacken und wahrscheinlich auch im Bereich seiner Rippen zu sehen sein doch weder im Krankenhaus noch später bei der Autopsie war das der Fall die Verteidigung sagt jetzt im Prozess dass der Schädelbruch und das subdurale Hämatom also die Blutung bereits da waren am 4. Februar und dass sich an diesem Tag Matthews Zustand plötzlich verschlechtert hat dass es möglich ist dass es einen sogenannten Turning Point gab bei derartigen Verletzungen ist das nicht ungewöhnlich also dass ein Mensch wochenlang eigentlich einen Schädelbruch haben kann und eine Blutung im Gehirn gerade bei einem 8 Monate alten Kind das zuerst nicht bemerkt oder entdeckt wird also die Verteidigung hat Neurologen im Zeugenstand sitzen die das bestätigen Wenn also so ein Turning Point aufgrund eines schon länger zurück liegenden Schädelbruchs in Kombination mit einer Blutung im Gehirn entsteht dann kann es sein dass sich der Zustand eines Menschen in diesem Fall eben eines Babys von einer Sekunde auf die andere rapide verschlechtert und wenn man jetzt dazu nimmt dass Louise Woodward ja schon in ihrer ersten Befragung gegenüber Sergeant Burns erwähnt hat dass Matthew ungewöhnlich quengelig und weinerlich an diesem Morgen war und dass er das sonst nie gewesen ist dann kann man jetzt wenn man der Verteidigung folgen möchte davon ausgehen dass dieser Turning Point genau an diesem Tag stattgefunden hat dass es Matthew auf einmal durch den Schädelbruch Wochen zuvor jetzt wieder schlechter ging dass es anfing ihm richtig schlecht zu gehen und dass sich sein Zustand deswegen rapide verändert hat nach Louise Verhaftung wurde sie einem Lügendetektor Test unterzogen bei diesem Test wurde sie gefragt ob sie Matthew verletzt hat ob sie ihn heftig geschüttelt oder ob sie ihn umgebracht hat auf alle drei Fragen hat Louise mit Nein geantwortet und offensichtlich hat sie die Wahrheit gesagt wenn man dem Ergebnis eines Lügendetektors glauben möchte denn sie hat den Test zweifelsfrei bestanden und als Louise Verteidiger jetzt vor Gericht sich in seinem Kreuzverhör einen Experten nach dem anderen der Staatsanwaltschaft vornimmt kann keiner von ihnen zweifelsfrei bestätigen dass der Schädelbruch von Matthew nicht schon genauso alt ist wie auch sein gebrochenes Handgelenk nämlich dass er zwei bis vier Wochen vor dem 4. Februar 1997 entstanden ist und das meine Lieben nennt man dann vor Gericht berechtigten Zweifel berechtigten Zweifel an der Schuld von Louise Woodward genauer gesagt denn wenn die Staatsanwaltschaft nicht zweifelsfrei beweisen kann dass das Kind an diesem Tag verletzt wurde als es ins Krankenhaus kam und auch nicht zweifelsfrei beweisen kann dass Louise ihn zuvor auch noch geschüttelt hat dann gerät die Anklage wegen Mordes aber gewaltig ins Wanken Louise Woodward selbst wird dann auch noch von ihrem Verteidiger in den Zeugenstand gerufen dabei kommt das Thema mit den Wörtern dropped und propped noch einmal auf wenn sie dropped gesagt hat heißt es sie hat ihn fallen lassen wenn sie propped gesagt hat dann heißt es in ihren Augen nichts anderes als dass sie ihn auf das Handtuch im Badezimmer gelegt hat doch weder das eine noch das andere kann bewiesen werden da das Gespräch nicht aufgezeichnet wurde und somit sind wir wieder beim berechtigten Zweifel angekommen Louise wird von ihrem Verteidiger Barry Shaq im Zeugenstand gefragt hast du Matthew jemals gewaltsam geschüttelt Antwort nein hast du Matthew jemals geschlagen Antwort nein hast du Matthew Eepen umgebracht Antwort nein Während der Prozess im Inneren des Gerichts Gebäudes jetzt heftig weitergeführt wird bilden sich draußen in der Öffentlichkeit zwei Lager die einen die Louise für eine eiskalte manipulative Lügnerin halten die im Zeugenstand Krokodilstränen vergießt um bei der Jury zu punkten und die anderen die zu Tausenden auf die Straße gehen um ihre Stimme zu erheben weil sie sie felsenfest für unschuldig halten vor allem in ihrer Heimat in Großbritannien sind die Menschen geschockt wie dieses junge Mädchen vorgeführt wird obwohl es offensichtlich wie sich jetzt herausstellt keine stichhaltigen Beweise dafür gibt dass sie Matthew absichtlich verletzt ja sogar ihn vorsätzlich ermordet hat und weil wir gerade dabei sind berechtigte Zweifel an Louise angeblichen Motiv für den Mord an Matthew bringt ihr Verteidiger Barry Sheck ebenfalls im weiteren Verlauf des Prozesses vor der Jury an die Staatsanwaltschaft hat behauptet das Motiv für den Mord an Matthew Eepen sei Wut gewesen Louise war frustriert und sauer auf Deborah und Sunil Eepen weil diese ihr mit Rausschmiss gedroht haben wenn sie sich nicht an gewisse Regeln hält beziehungsweise wenn sie eben nicht um eine bestimmte Uhrzeit zu Hause ist wenn sie am nächsten Tag arbeiten soll das war laut der Staatsanwaltschaft das Motiv für Louise Matthew umzubringen um sich praktisch an Sunil und Deborah Eepen zu rächen doch wenn man jetzt einmal genauer darüber nachdenkt dann ist dieses von der Staatsanwaltschaft behauptete Motiv für diese Tat nicht gerade sehr schlüssig was von der Verteidigung natürlich dankbar angenommen wird denn Louise hatte vor den Eepens ja schon einmal eine andere Stelle als Au-Pair wir erinnern uns zurück an Familie X aus Manchester by the Sea und da hatte sie eben auch schon das Problem dass sie sich an diese Regeln nicht wirklich halten wollte und deswegen einfach die Stelle gewechselt hat es wäre also durchaus auch jetzt für sie wieder möglich gewesen das gleiche zu tun das heißt dass das Motiv das sie Matthew aus Rache umgebracht hat nicht wirklich Sinn ergibt hat das Motiv der Staatsanwaltschaft ist also schlicht und ergreifend nicht besonders plausibel und das breitet die Verteidigung jetzt natürlich auch aus der einzige Experte der im Zeugenstand jetzt auch im Kreuzverhör durch Barry Sheck standhaft bei seiner Meinung bleibt dass nur und ausschließlich Louis Woodward für die Verletzungen von Matthew verantwortlich gemacht werden kann ist Dr. Fiegen der Gerichtsmediziner der auch die Autopsie durchgeführt hat Barry Sheck nimmt ihn richtig in die Mangel wenn man das so sagen kann seine Befragung im Zeugenstand geht über vier Stunden und in diesen vier Stunden bleibt Dr. Fiegen bei seiner Einschätzung Seiner Meinung nach waren die Verletzungen an Matthews Schädel frisch und sind am 4. Februar entstanden und nicht zwei drei oder auch vier Wochen zuvor Dr. Fiegen wird dann damit konfrontiert dass doch aber das Handgelenk von Matthew eindeutig schon am heilen war was eben heißt dass der Bruch schon viel älter ist und Dr. Fiegen sagt dann auch im Zeugenstand dass das nicht ungewöhnlich ist dass ein acht Monate altes Kind eben nicht sagen kann dass da irgendetwas nicht stimmt und auch sein Handgelenk in der Regel nicht so oft oder auffällig benutzt dass irgendjemandem aufgefallen sein könnte dass es gebrochen ist also Dr. Fiegen sagt dass der Bruch des Handgelenkes komplett separiert werden muss von den Verletzungen an Matthews Schädel und der anschließenden Blutung also das ist eine sehr extreme Befragung die da stattfindet und man merkt auch dass Barry Sheck tatsächlich alles versucht Dr. Fiegen dazu zu bringen seine Einschätzung zu widerlegen beziehungsweise eben zuzugeben dass die Verletzungen an Matthews Schädel anderweitig entstanden sein können doch Dr. Fiegen bleibt dabei dass das nicht im Bereich des möglichen ist und sagte später auch in einem Interview dass er durchaus verstehen konnte warum die Verteidigung versucht hat eine Alternative zu entwickeln denn das wäre schließlich die Aufgabe eine Verteidigung für die Angeklagte in die Bresche zu springen sie zu verteidigen und Zweifel zu streuen bei der Jury auch wenn Barry Scheck jetzt also bei Dr. Fiegen in seinem Kreuzverhör nicht das gewünschte Ergebnis erzielt hat muss man festhalten dass die anderen Experten der Staatsanwaltschaft eben doch nicht ausschließen konnten dass die Verletzungen an Matthews Schädel älter sind und was jetzt noch dazu kommt ist dass Barry Scheck noch einen Experten in den Zeugen stand setzt der Aussagen macht speziell bezogen auf das Shaken Baby Syndrome und auch auf die Symptome die dadurch eben entstehen können die Ansicht dieses Experten ist ist dass die Diagnose des SDS alleine aufgrund von drei Symptomen angezweifelt werden darf da es für das Auftreten solcher Symptome in Kombination eben auch andere Gründe geben kann dass es sich dabei immer ausschließlich um das Shaken Baby Syndrome handelt ist äußerst umstritten und genau das sagt er eben jetzt auch für die Verteidigung aus Matthews kleiner Bruder Brandon war bekannt dafür ein kleiner Wirbelwind zu sein Barry Shack sagt der Jury dass es selbstverständlich eine Alternative zu dem gibt was die Staatsanwaltschaft hier behauptet nämlich dass zum Beispiel Brandon zwei bis vier Wochen vor Matthews Tod ihm auf den Kopf gehauen haben könnte ihn gepackt haben könnte sein Handgelenk dabei gebrochen sein könnte dass er vielleicht ihn irgendwo rumgezerrt hat und auf den Boden hat knallen lassen und dass dadurch der Schädelbruch entstanden ist das und viele andere Möglichkeiten kommen laut Verteidiger Barry Shack hier in Frage die Jury steht vor einer unheimlich schweren Aufgabe als der Prozess Ende Oktober 1997 ein Ende findet ich hatte es euch vorhin schon gesagt es geht darum Louise entweder wegen Mordes ersten oder zweiten Grades schuldig zu sprechen was 15 Jahre oder mehr für sie bedeuten könnten oder sie fährt nach Hause und ich glaube genau das war das große Dilemma in diesem gesamten Prozess denn später stellte sich heraus dass als die Jury sich in ihre Beratungen zurückgezogen hat und 26 Stunden lang miteinander diskutiert hat sie sich durchaus am Ende nicht einig gewesen ist denn einige davon wenn auch der kleinere Teil hielten Louise für unschuldig der andere Teil jedoch der größere glaubte zwar daran dass Louise in irgendeine Art und Weise in den Tod von Matthew Eapon verwickelt gewesen ist also dass sie irgendwie doch daran beteiligt war allerdings glaubte keiner der Jury Mitglieder dass sie ihn absichtlich umgebracht hat ich stelle hier jetzt an dieser Stelle einfach mal die Behauptung auf und ich spekuliere natürlich nur dass wenn die Jury die Möglichkeit gehabt hätte Louise wegen Totschlags zu verurteilen dass sie sie dann des Totschlags schuldig gesprochen hätten weil sehr viele die meisten Jury Mitglieder eben doch davon überzeugt waren dass sie irgendetwas gemacht hat was dazu führte dass er später gestorben ist aber eben haben sie nicht geglaubt dass sie ihn absichtlich getötet hat doch es gab eben den Anklagepunkt Totschlag nicht weswegen die Jury natürlich in einem totalen Dilemma steckte am Ende verurteilen sie Louise zu Mord zweiten Grades und damit auch zu 15 Jahren Haft mit der anschließenden Möglichkeit auf Bewährung unfassbar für Louise selbst ihre Familie und natürlich auch für die Menschen die fest an ihre Unschuld glaubten und fest davon überzeugt waren dass sie jetzt freigesprochen wird am Ende des Prozesses ich habe bei meiner Recherche gelesen dass sogar der Richter höchst selbst etwas schockiert reingeblickt hat nachdem dieses Urteil verkündet wurde aber das Ganze ist natürlich jetzt nach Ende des Prozesses ein Spektakel für die Medien vor allen Dingen vier Tage später denn am 4. November 1997 wird auf Antrag der Verteidigung eine Anhörung beantragt nachdem sich herausgestellt hat dass die Jury in der Frage des Urteils extrem gespalten war und wohl Druck auf diejenigen ausgeübt wurden ist die Louise freisprechen wollten dabei fiel wohl auch der Satz niemand von uns hat daran geglaubt dass sie ihn absichtlich ermordet hat aber genau dafür haben sie sie ja verurteilt weitere sechs Tage später am 10. November 1997 wird die Anklage Mord zweiten Grades gegen Louise Woodward umgewandelt in Invilitary Manslaughter was auf deutsch so viel heißt wie Totschlag ohne Absicht der oberste Gerichtshof von Massachusetts unter der Leitung von Richter Zobel verkürzt jetzt nach dieser Änderung der Anklage Louise Haftstrafe auf die Zeit die sie bereits abgesessen hat was im November 1997 genau 279 Tage waren das heißt sie wird aus der Haft entlassen sie bekommt ihren Pass zurück und drei Tage später verlässt sie dann gemeinsam mit ihren Eltern die Vereinigten Staaten Louise studierte später an der London South Bank University Rechtswissenschaften und begann im Jahr 2004 als Anwältin in einer Kanzlei in Chester zu arbeiten 2013 heiratete sie und bekam zwei Jahre später eine Tochter nach der Freilassung von Louise aus dem Gefängnis erreichten Deborah und Sunil Epen in einem Zivilprozess dass Louise niemals mit dem Tod ihres Sohnes auch nur einen einzigen Cent Geld verdienen darf sie gründeten die Matty Epen Foundation am Boston Children's Hospital deren Ziel es ist die Sicherheit und das Wohlergehen von Kindern zu verbessern indem sie die Öffentlichkeit über die Gefahren des Schüttelns von Kleinkindern aufklären und den Opfern und ihren Familien geholfen wird Deborah und Sunil Epen bekamen später noch zwei Kinder beide arbeiten nach wie vor in ihren Berufen und sind glücklich miteinander verheiratet ein wahrlich grandioser wenn man das unter diesen Umständen überhaupt so sagen möchte und gleichzeitig doch sehr riskanter Schachzug von Barry Shaq vor Gericht den Anklagepunkt Totschlag direkt von der Liste zu nehmen und dieser gesamte Prozess war wirklich eine reine Schlacht man kann es nicht anders sagen die Stimmung zwischen der Anklage und der Verteidigung war sogar noch schlechter als im Prozess gegen Kathy Anthony und das heißt wirklich so einiges ich habe bei meiner Recherche auch irgendwo den Satz gelesen das war das größte battle der Götter in Weiß in einem Zeugenstand das man jemals in einem Gerichtsprozess gesehen hat am Ende muss man allerdings festhalten dass dieser Prozess vielleicht sehr interessant und für einige auch vielleicht sogar unterhaltsam gewesen ist dass Matthew Eapon aber tot ist dass er gerade einmal acht Monate alt wurde und dass trotz dieses intensiven Prozesses und dieser Auseinandersetzung zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung und über 40 Experten die nur über die Verletzungen von Matthew ausgesagt haben und wie sie entstanden sein könnten oder auch nicht wir am Ende trotzdem nicht erfahren haben was eigentlich genau passiert ist das Problem der Staatsanwaltschaft war dass sie vor Gericht nicht eindeutig beweisen konnten wann die Verletzungen von Matthew entstanden sind und es ging eben von Anfang an vor allen Dingen auch für die Verteidigung dann um das Wann ja meine Leben wie immer am Ende meiner Videos möchte ich euch auch in diesem Fall meine ganz persönliche Meinung nicht vorenthalten und ich glaube ich war schon lange nicht mehr bei einem Fall so unsicher wie ich ihn für mich selbst bewerten soll wie bei diesen wenn ihr mich fragt ob ich glaube ob Louise Woodward auf irgendeine Art und Weise wie auch immer in den Tod dieses Kindes involviert gewesen ist dann lautet meine Antwort ja sei es jetzt deswegen weil sie ihn was sie ja später dann abgestritten hat auf den Boden hat fallen lassen auf das Handtuch im Badezimmer hat fallen lassen oder weil sie ihn vielleicht doch heftig geschüttelt hat was man auch immer glauben möchte ob sie die jenige war die den Schädelbruch an diesem Tag verursacht hat da bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher das heißt ich weiß zwar nicht ob sie ihm den Schädelbruch wirklich zugefügt hat oder ob er schon vorher da war aber ich dass ihr Verhalten wie es immer auch genau ausgesehen hat dazu führte dass es Matthew an diesem 4. Februar ab einem bestimmten Punkt schlechter ging es ist zweifelsfrei bewiesen worden dass Matthews Handgelenk zwei bis vier Wochen vor seinem Tod gebrochen ist und es ist auch für mich nicht ausgeschlossen dass auch der Schädelbruch zu dieser Zeit entstand ich glaube nicht daran dass Louise Woodward Matthew aus Rache an seinen Eltern vorsätzlich umgebracht hat ich glaube aber auch nicht dass sie komplett unschuldig ist an dem was mit ihm geschah es ist ein unheimlich langer komplexer und schwieriger Fall hier und ich habe das auch bei meiner Recherche gemerkt das war alles andere als einfach aber am Ende glaube ich dass es bei diesem Fall auch unheimlich viel gibt worüber man nachdenken kann und vor allen Dingen auch unheimlich viel gibt worüber man sich austauschen kann deswegen meine Lieben wie immer bin ich am Ende am allermeisten gespannt darauf wie ihr das Ganze einschätzt schreibt mir gerne eure Meinung zu diesem Fall unten in die Kommentare damit verabschiede ich mich jetzt von euch meine Lieben ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und ich hoffe wir sehen uns dann ganz bald im nächsten Video wieder bis dahin macht's gut